Ich bin aus dem Götzitz-Tal gekommen, weil in Wien die verantwortlichen Behörden sitzen, die Ministerien, das Ministerium für Land- und Forschwirtschaft, für Wasserkraft, Wasserwirtschaft und Umwelt und das Gesundheitsministerium. Und wir, meine Damen und Herren, brauchen Ihre Unterstützung und Ihre Solidarität. Und wir werden von diesem Platz jetzt aus geschlossen Richtung Stephansplatz marschieren. Werden wir uns dort noch einmal sammeln. Dort werde ich Ihnen noch einige wesentliche Informationen über den aktuellen Stand geben. Dort gibt es auch eine Ausstellung. Da können Sie über die tatsächlichen Auswirkungen des Kriegsskandals und des fürchterlichen Umweltskandals erfahren. Im Stephansdom gibt es eine Messe für diejenigen, die zur Messe gehen wollen. Und für diejenigen, die es nicht wollen, können mittlerweile dann schon auch die Ausstellung besuchen. Und wir formieren uns jetzt und gehen den transparenten Folgen, den Ring entlang Richtung Stephansdom, Stephansplatz. Nur Feuer am Tag. Hölle Damen und Herren, es ist schlimmer als Sie glauben, es ist Feuer am Tag. Stopp mit der Brennung. Super.